hey leute herzlich willkommen hier zurück zu clash royale heute bin ich jetzt bin ich alleine und heute machen wir mal so einen richtigen kampf aber mit welchem deck weiß ich noch nicht welches findet ihr besser schreibt es mal in die kommentare wieder das ja ich glaube ich nehme das wir machen gegen einen level 9 mache ich das erst mal machen die hier schon den daumen ich habe jetzt auch hier gerade naja das weiß nicht so schlimm aber damit geht jetzt alles kaputt das hätte ich jetzt nicht ich weiß erst mal und er macht einen hockreiter und fledermäuse dürfte sich beinahe erlauben fängt wir wieder mit einem riesen er hat auch ein ballon muss ich die locken setzen ja super haben sich auch kein erlaubt muss jetzt hier schnell reagieren und jetzt eigentlich brauche ich nichts mehr machen fängt die doppelte elixierfasern push ich von der anderen seite mit dem nahe und und dann warte ich noch ein bisschen das hat ihn jetzt nichts mehr gebracht und jetzt hat sich mein ballon jetzt kommt hier hinterher die kubel jetzt praktisch hier noch ein grafstein und und morgen könnt euch ein das war der kampf wenn sich von adler sein don't you know om that tschüss